Sarah, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hi Aaron. Du bist ja heute aus Hamburg gekommen mit der Bahn und da bist du durchs Ruhrgebiet gefahren. Du kommst ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Wie ist das so für dich, wenn du durchs Ruhrgebiet fährst? Wie ist das nach Hause kommen? Total schön, ehrlich gesagt. Ich verbinde nur schöne Erinnerungen erst mal mit dem Ruhrgebiet, weil ich mag die Menschen, ich mag wirklich dieses offene und auch dieses direkte Reden und ich mag auch die Umgebung, ich mag dieses schnelle von Stadt zu Stadt kommen und deswegen ist das immer für mich total schön herzukommen. Über Leute aus dem Pott, du hast es ja gerade selbst gesagt, das wird ja dir nachgesagt, also die direkte, bist du so direkt? Total, total. Und ich muss mich selbst ganz oft auch bremsen. Also in dem Gespräch jetzt darfst du direkt sein, das ist Sinn der Sache, ich kann damit auch umgehen und du kennst das Spiel ja ein bisschen, du weißt, was zu Beginn eines jeden Gespräches kommt und zwar ist das der Steckbrief. Dein Name? Sarah Ubeinschik. Dein Alter? Ich bin noch 37. Deine Heimat? Jetzt Hamburg. Deine Geschwister? Keine. Dein Vorbild? Ich habe keins. War das schon immer so? Das war schon immer so, ja. War das für dich immer so klar, so ja, ich habe halt kein Vorbild oder hast du dir manchmal gedacht, warum habe ich eigentlich kein Vorbild? Nee, das war für mich schon immer klar, weil ich einfach Schwierigkeiten habe mit so Idealisierung von Menschen. Ich suche ja immer nach, okay, was stimmt da gerade nicht oder ist das alles so perfekt und deswegen war das schon immer so. Und ich eifere auch nicht so gerne Menschen nach. Ich bin gerne bei mir selbst und versuche da nicht irgendwie … Mit wem würdest du denn mal gerne zu Abend essen? Gibt es da so jemanden, der dir einfällt? Zu Abend essen? Mhm. Freie Wahl. Nee. Mit meinem Freund. Das ist ganz schön schwer, das so Abend zu koordinieren. Fühle ich, schöne, schöne, schöne Antwort. Wenn wir schon beim Abendessen sind, angenommen du säst es dann im Anschluss an der Hotelbar. Ja. Ihr hattet in einem Hotel zu Abend gegessen. Jetzt würdest du da aber alleine sitzen. Was würdest du trinken? Wasser oder Cola? Ich trinke ja keinen Alkohol. Trinkst du keinen Alkohol? Warum, wenn ich fragen darf? Nee. Habe ich mal so für mich entschieden vor ein paar Jahren. Okay. Ja, ich glaube, das war so eine … Also für mich eine total bewusste Entscheidung auch. Ich habe zum Beispiel auch noch nie eine Zigarette geraucht in meinem Leben. Okay. Und habe einfach für mich so entschieden, okay, erstmal schmeckt mir nicht. Also ich habe irgendwie noch nie Alkohol so getrunken, weil es irgendwie total lecker ist. Und ehrlich gesagt mag ich auch nicht so diesen Zustand, betrunken zu sein oder so nicht mehr, ja, Herr meiner Sinne zu sein, mag ich nicht. Und ich mag es auch nicht bei anderen gerne sehen. Das ist natürlich dann schwierig, weil ich wollte jetzt ja gerade erzählen, dass ich ja auch an dieser Hotelbar sitze. Ach so, und du trinkst Alkohol. Du bist schon total voll. Ich trinke, nein, das natürlich nicht, aber ich würde mir dann schon zu später Stunde einen Weißwein gönnen, aber ich habe auch kein Problem damit, beim Wasser zu bleiben. Stellen wir uns das vor. Du sitzt an dieser Bar, ich sitze auch zufällig an dieser Bar und wir kommen ins Gespräch. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Über dich. Ich bin total interessiert an Menschen. Ich würde dich ausfragen. Hast du so eine ... Ich glaube, ich würde einsteigen mit irgendeinem Witz oder so, dass wir schon auf eine etwas vielleicht, ja, lockeren Ebene uns treffen. Und dann würde ich dich Sachen fragen. Hast du so eine magische Frage, die du so am liebsten stellst? Nee, das kommt dann wieder auf die Person drauf an. Also, ja. Ich höre wirklich gerne auch Menschen zu. Also, ich glaube, das ist etwas, was wir dann gemeinsam haben. Also, ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch. Und wir würden uns dann wahrscheinlich betteln darin, wer dem anderen die meisten Fragen stellt. Wer erfährt mehr über den anderen? Genau. Und ich würde dir aber irgendwann mit Sicherheit auch die Frage stellen, sag mal, bist du ja hier ganz sympathisch mit deinem Wasser oder deiner Cola? Was machst du eigentlich so beruflich? Dann würde ich sagen, dass ich Unternehmerin bin. Dann würden alle sagen, was heißt das? Ich würde fragen, in was? Ja. Nicht, was heißt das, sondern in was? Ja, und dann würde ich das nächste Rätsel nämlich machen, weil ich würde dann nicht erzählen, dass ich Echte Mamas gegründet habe. Ach so, das ist ja Marktforschung schon, ne? Ja. Und dann wäre halt so, okay, was ist das? Was ist Echte Mamas? Das kommt ja dann auch sofort danach. Und was ist es? Echte Mamas ist die größte Community für Mütter. Und dann fragt jeder, okay, was ist denn eine Community? Und das ist wirklich schwer zu erklären. Also, im Endeffekt sind wir ein Medienunternehmen mit der Zielgruppe Mütter. Aber für mich ist es ja noch viel mehr als das. Und das ist manchmal wirklich schwer, so auf einen Satz runterzubrechen. Gibt es das nicht? Also habt ihr nicht jetzt auch so aus … So ein Elevator-Pitch oder so. So eine Punchline, so das sind wir, so ein Slogan. Gibt es das nicht bei euch? Ja, doch. Also wir sagen, wir sind das Zuhause für Mütter. Wir sind eine Community und kein klassisches Online-Magazin oder sowas sagen wir schon. Aber für mich ist es halt einfach ganz oft schwer zu erklären, weil es nicht für mich … Ich könnte jetzt ganz klar sagen, okay, es ist ein neues Medienunternehmen. So, weil wir machen Content. Wir haben eine Website, wir haben … Wir füllen Social-Media-Accounts, wir machen Podcasts. Das könnte man erst mal ganz runtergebrochen jetzt komplett als Medienunternehmen so verstehen. Aber für mich ist es halt einfach mehr. Es ist halt so … Es steckt so viel Gefühl, die Emotionen, deswegen Community. Und es ist manchmal schwer zu erklären. Umso passender, dass wir jetzt in aller Ausführlichkeit uns darüber unterhalten wollen und auch versuchen herauszufinden, wie es denn dazu gekommen ist, wie echte Mamas entstanden ist. Und in der Hoffnung, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann der Fall sein wird, dass die Zuhörer oder die Zuschauer auch nachempfinden können, was du damit meinst, was so dieses Gefühl ist, was dahinter steckt. Und bevor wir aber da irgendwie inhaltlich einsteigen, würde ich dich möglicherweise auch an so einer Bar fragen, stell dir doch mal vor, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten? Wahrscheinlich wäre es jetzt ein motivierender Titel, der andere motiviert. Also sowas wie, geh deinen eigenen Weg, der wirklich andere motiviert, etwas zu gestalten, etwas zu tun und immer bei sich selbst zu bleiben. Sowas. So in der Art, ja. Schreibst du selbst? Schreibst du gerne? Ja, ich schreibe wirklich gerne. Das ist ganz lustig, dass du das fragst, weil ich wirklich gerne schreibe, aber ich glaube, ich schreibe nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Oh, wer hat dir das denn gesagt? Das hat mir niemand gesagt. Also ich glaube, ich habe ein gutes Gespür für Themen, weil ich auch so neugierig bin. Aber ich versuche mal ganz viel auch in Texte reinzubringen, ganz viele Informationen und bin manchmal nicht so gradlinig. Und ich glaube, dieses, was so ein guter Text auch braucht, nämlich ein Gerüst und die Struktur, da bin ich halt ganz anders. Das heißt … Aber ich glaube, ich könnte die Emotion und das könnte ich ganz gut, das kann ich gut. Aber das heißt, du hast jetzt kein … Du hast ja gesagt, wir sind ein Medienunternehmen, wir produzieren viel Content. Ja, das schreibe ich nicht selbst. Okay. Ein Glück. Okay. Ja, das … Nee, also ich glaube, ich habe ein gutes Themengespür, aber das könnte ich nicht, nee. Wenn wir die Uhr mal ganz weit zurückdrehen und in deine Kindheit blicken oder du uns in deine Kindheit blicken lässt, besser gesagt. Wofür warst du als Kind Feuer und Flamme? Ich habe super gerne gelesen, also schon immer. Also ich habe mich, ich habe alles so, was es zu lesen gab, irgendwie, ja, genommen, habe das, habe mich da auch informiert. Ich habe viel gelesen und ich war auch Feuer und Flamme für Freundschaften. Also ich habe gerne Leute um mich gehabt, also gute Freundinnen und das hat mir immer ganz viel gegeben. Das hat mir Spaß gemacht, Freundschaften zu schließen, in einer Gruppe zu sein auch und, ja, ich habe gerne gelesen. Ich war Feuer und Flamme für Freundschaften, das finde ich sehr schön formuliert. Das ist irre, weil das, wenn du das jetzt so fragst, das macht natürlich alles total Sinn, dass ich heute eine Community gegründet habe. Ja. Ja, absolut. Darauf wolltest du hinaus. Darauf wollte ich nämlich überhaupt gar nicht hinaus, das ging jetzt irgendwie sehr schnell, aber, aber das, das Lesen, gibt es denn da, gibt es so ein Buch oder gibt es irgendwie irgendwas, was du gelesen hast, was dich besonders geprägt hat? Nee, ich glaube erst mal alles. Ich habe ganz viel unterschiedliche Sachen gelesen, auch Zeitschriften ganz viel und das war ja auch, also durch Zeitschriften und durch, Printmedien bin ich auch so ein bisschen in die Verlagswelt gekommen, also es war ja auch so ein Grund, warum ich mich dann im Studium ganz schnell dafür entschieden habe, für eine, für erstmal, ja, Verlagstitel und Verlagsbrands zu arbeiten. Ich habe in einem Interview. Und auch alles mögliche an Zeitschriften, ne? Also jetzt. Also querfeldein. Querfeldein, also wirklich, Spiegelstern, aber halt auch irgendwie In-Touch, alles, ich habe alles gelesen. Aber keine Sportzeitschriften. Keine Sportzeitschriften, ich kenne mich überhaupt nicht mit Fußball aus, das hatten wir schon, ja. Vielleicht hast du aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben im Vorgespräch etwas über den Hamburger Sportverein gesprochen und ich musste feststellen, dass Sarah vor kurzem erst gelernt hat, dass der HSV nicht mehr erstklassig spielt, sondern zweitklassig. Und, aber mein Gott, kann sich ja nicht jeder für Sport interessieren. Nee, aber ganz ehrlich, mir hätte man noch gestern erzählen können, dass der HSV in der Champions League spielt, hätte ich geglaubt. Ja. Gewonnen hätte, die Champions League gewonnen hat, hätte ich geglaubt. Davon ist der HSV ganz weit entfernt. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, was du gegeben hast, dass du über dich selbst sagst, ich bin ein mutiger Mensch. Ja. Wie erklärst du dir das? Woher kommt das? Also ich musste ja schon, also ich habe ja keine Geschwister, meine Eltern haben sich früh getrennt und ich war schon immer und musste auch immer sehr selbstständig sein und sehr selbstständig leben und habe mich auch immer früh auf mich, also musste mich auf mich verlassen und auf mich selbst und auf meine Entscheidungen. Und ich glaube, diese, dieses bei sich selbst sein und bei den Entscheidungen sein dadurch, also ich glaube, das kommt daher. Ist dir das leicht gefallen damals? Oder war das schwer? Es ist mir leicht gefallen. Es ist mir nicht schwer gefallen. Gibt es da, gibt es da was, wo du dich erinnerst, wo du irgendwie so, ja, an so besonders mutige Momente, wo du ganz, ganz genau noch vor Augen hast, wo du dich noch reinfühlen kannst, so nach dem Motto, ja stimmt, da habe ich mir bewiesen, ich kann das, ich kann auf mich selbst gestellt zurechtkommen. Ich weiß jetzt nicht, also ich würde das jetzt nicht als, ich glaube, es sind keine mutigen Momente, an die ich jetzt denke, also nicht klassisch mutige Momente. Aber für mich war es zum Beispiel immer ganz klar, okay, wenn ich eine, also ich muss Entscheidungen treffen und die entscheide ich für mein Leben und ich muss auch dazu stehen können, ich muss diese Entscheidung treffen. So zum Beispiel, ich komme ja aus einer, also meine Eltern haben kein Abitur gemacht. Ich musste für mich die Entscheidung treffen, auch total selbstständig, wenn ich das und das später beruflich sein möchte, dann muss ich Abitur machen. Und muss auch so ein numerus clausus haben. Und ich musste dann immer so diese Entscheidung für mich selbst treffen. Und ja, daher kommt es, dass ich sehr, also jetzt auch nicht, keine Angst mehr habe, Entscheidungen zu treffen. Ich finde das, ich finde das faszinierend, weil dich hat diese, also vielleicht hören uns auch gerade Leute zu, die genauso eine ähnliche Situation in der Kindheit hatten und die vielleicht nicht bestärkt wurden darin. Das wurde ich auch nicht. Genau, aber dich hat das ja stärker gemacht. Du hast das angenommen, hast gesagt, okay, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt, ich muss das jetzt für mich entscheiden und hast dir irgendwie auch die Konsequenzen schon vor Augen führen können. Also dich haben deine Umstände stärker gemacht. Und das finde ich immer interessant, weil es gibt natürlich Menschen, die möglicherweise sehr ähnliche Erlebnisse haben und die dann vielleicht dazu neigen, das als Ausrede zu nutzen. So nach dem Motto, ja, ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen, da war das nicht und deswegen habe ich kein Abitur machen können. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was heute viele so als Resilienz oder so bezeichnen würden. So dieses, okay, dieses auf die eigene Kraft besinnen und sich auch in schwierigen Momenten zu wissen, okay, ich kann das und ich habe gewisse Fähigkeiten und die werden mir auch immer helfen. Und dann scheint es ja, dass es, dass wir resilient werden, wenn wir es sein müssen. Also, wir lernen es nur durchs Machen, ne? Genau, genau. Dann hast du die Entscheidung irgendwann getroffen, Abitur zu machen? Ja, wirklich. Es war ganz, ich habe das, ich wusste, wenn ich das und das später arbeiten möchte, brauche ich Abitur. Und wenn ich Medienwissenschaften studieren möchte, brauche ich ein Einser-Abitur. Und dann habe ich das gemacht. Also, dann habe ich das irgendwie, dann wusste ich, okay, ich muss auch nur das Nötigste. Ich habe dann, mein Numerus Clause ist 1,9. Also, wirklich so. Ich habe immer nur das gemacht, wo ich wusste, okay, das brauche ich dafür. Okay. Und, genau. Woher kam, woher kam dieser, dieser Funken mit den Medienwissenschaften? Also? Ich glaube, durch die Zeitschriften, weil ich gerne gelesen habe, genau. Gab es sonst nichts anderes? Nee. Krass. Ich habe das immer gesehen, ich habe das so durchgeblättert oder ich habe halt, habe mir das so angekauft und gesagt, okay, es könnte total spannend sein. Es ist ein abwechslungsreicher Job. Man kommt viel mit Leuten in Kontakt und man beschäftigt sich mit Inhalten. Ich fand die Marken spannend. Es hat sich so ein bisschen, es war so ein Traum einfach. Und dann wusste ich, okay, ich will da reinkommen. Ich will das irgendwie sehen. Ich will das erleben. Und dann habe ich so darauf hingearbeitet, genau. Aber es macht auch total Sinn, weil ich glaube, solche, solche beruflichen Träume, die entstehen wirklich so ganz einfach. Also ich erinnere mich, ich habe früher mal, also neben unserem Haus, wo wir aufgewachsen sind, war eine Bücherei. Und da bin ich auch immer hin und habe auch viel gelesen früher. Und ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen über einen Flughafenmanager. Ich weiß nicht mehr, was die Story war, keine Ahnung, aber ich war total fasziniert davon. Und ich wollte Flughafenmanager werden. Und da war ich jetzt, da war ich jetzt nicht acht oder so, da war ich schon ein bisschen älter. Und ich habe mir, ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wie viel Flughafenmanager steckt eigentlich heute in meinem... Ja, und? Was ist die Antwort? Ja, also das Managen finde ich natürlich in meiner wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung wieder. Und das Flughafenleben finde ich, spüre ich, wenn ich am Flughafen bin. Ich liebe es, am Flughafen zu sein. Ich finde es total schön. Und dadurch, dass ich extrem viel gereist bin früher und auch heute noch viel unterwegs bin, mir macht dieses Reisen überhaupt nichts aus. Ich liebe es, Reisen zu planen. Ich liebe es, meine eigene Logistik zu planen und mir zu überlegen, okay, wie kann ich das irgendwie noch optimieren. Und ich finde das, also ich finde das super. Ich hasse Reisen. Und deswegen steckt wahrscheinlich jetzt nicht so oberflächlich Flughafenmanager, das passt natürlich so nicht, aber das, was so da in den Ebenen dann drunter liegt, was mich möglicherweise auch da angesprochen hat in diesem Buch, das ist durchaus präsent. Ja, das stimmt. Also ich hatte da noch, ich glaube, also wo ich jetzt so darüber nachdenke, es gab noch einen zweiten Berufswunsch. Das wäre irgendwas mit Kunst oder was wirklich gewesen. Und am Ende war ich, glaube ich, so bei Mediengestalterin, Designerin so in der Ecke. Und dann ist da was anderes geworden. Aber ich wusste, es gibt nur diese zwei Wege, A oder B. Also irgendwas mit Kunst oder irgendwas mit Medien? Genau. Ist ja so der Klassiker, ne? Ich will irgendwas mit Medien machen. War das so? Ja, nee. Nee? Nee, also es war schon relativ klar, ich will in eine Redaktion, ich will für eine journalistisch tätige Brand arbeiten. Also es war jetzt nicht einfach irgendwas mit Medien. Ich habe auch ganz, da war ich wirklich strukturiert, weil ich habe verschiedene Praktika gemacht, einmal beim Radio, beim Fernsehen, habe mir also genau ausgesucht auch, wo ich später arbeiten möchte. Also ich bin da immer konkreter geworden auch. Ich habe mal so ein paar Namen hier notiert. Du warst beim Stern, bei OK. Ja, genau. Bei der Grazia. Das ist meine Vorliebe für Unterhaltung. Genau. Ich habe ja gerade schon in touch gesagt. Und dann bist du bei anderen Medienhäusern, bist du dann die Karriereleiter hochgeklettert. Wenn du dich an damals erinnerst, so in die Zeit, wo du da arbeitest und auch, ich vermute mal, voll drin aufgehst, weil das ist das, was du machen wolltest und jetzt plötzlich diese Magazine, die du früher gelesen hast, jetzt selbst gestalten konntest. Was hat Karriere für dich damals bedeutet? Früh Führung zu übernehmen, also einfach in einer, so einer Teamführung irgendwann mal zu sein, das war für mich wichtig und ich war da auch sehr zielstrebig und das war so, ich möchte auch Geld verdienen, ich möchte finanzielle Mittel haben und genau, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn du heute überlegst, was Karriere für dich heute bedeutet, inwiefern unterscheidet sich das oder händelt es dem? Ja, heute geht es mir viel mehr um Vereinbarkeit. Ich möchte ein gutes Gleichgewicht zwischen meiner Familie und meinem Job haben. Nee, das hat sich schon verändert, auf jeden Fall. Und ich habe auch lustigerweise gestern noch darüber gesprochen, was mir früher so wichtig war, also auch so materielle Sachen. Das ist mir heute nicht mehr wichtig. Hast du ein Beispiel? Also ich weiß, ich habe bei der Grazia gearbeitet oder bei diesen typischen Frauentiteln und mir war es, ich hatte irgendwie, okay, es muss die Handtasche sein, die man sich leisten kann oder das muss der und der Mantel sein und das hat man ja auch immer ausgewechselt so oft. Also das würde ich heute gar nicht mehr machen. Wenn ich nicht darauf zurückblicke, würde ich sagen, Gott, wie bekloppt warst du denn damals? Aber man hat sich natürlich auch so beeinflussen lassen von dem, was man da gesehen hat und das war so eine Umgebung, wo das so normal war, so zu sein. Und wenn ich da jetzt mit Abstand drauf gucke, sage ich wirklich, ich war total verrückt. Das ist mir alles gar nicht mehr wichtig. Ich würde das Verrückte gerne aufgreifen, wenn du so zurückblickst, wenn wir schon dabei sind. Was war denn das Verrückteste, was du gemacht hast, um beruflich voranzukommen? Ähm, ich habe nichts zurück. Also das würde ich, ich weiß gar nicht, was das war. Nee, also ich würde nichts als verrückt bezeichnen. Ich habe nichts zurück, das gemacht. Vielleicht sowas wie, ich habe sehr offensiv in Gesprächen mit der, mit Geschäftsführung gesagt, das kann ich und das leiste ich hier und deswegen müsst ihr mich jetzt befördern. Also ich habe jetzt, also sehr fordernd auch, also das war natürlich vielleicht verrückt, also dieses in Gesprächen wirklich ganz klar zu sagen, ich, wenn ihr mich hier behalten wollt, dann müsst ihr mir einen neuen Job geben. Dann brauche ich einen anderen Titel, dann brauche ich mehr Geld. Also du hast nicht darauf gewartet, ob irgendwas vom Himmel fällt, sondern hast es ja geholt. Ja, und ich habe auch so ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Wenn ich das Gefühl hatte, es war irgendwie ungerecht oder ich wurde für meine Arbeit nicht wirklich entlohnt, dann habe ich dafür auch gekämpft, ja. Da bist du natürlich in einer Branche, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass alle überbezahlt sind, oder? Nee, absolut. Aber ich hatte auch immer Leute, die mir auch, die mich auch gefördert haben und die mich geschätzt haben. Ich meine, ich bin ja auch ein totales Arbeitstier. Also ich meine, Win-Win-Situation, ich arbeite total gerne und ich packe auch gerne Sachen an, krempel meine Ärmel hoch, bin mir auch für nichts so schade erstmal für jede Arbeit. Und das war auch für meine damaligen Chefs absolute Win-Win-Situation. Und wie kam es dann, dass du, ich meine, du bist heute Unternehmerin, du bist selbstständig, ihr baut euer eigenes Business auf. Wann fing das an? Wann fing es gedanklich an, diese Idee mit dem, ah, vielleicht mache ich mich mal selbstständig? Das fing wirklich schon früh an, weil ich dann auch immer wieder in meinem Job gemerkt habe, okay, ich habe eigentlich mehr Ideen, als ich hier eigentlich einbringen kann. Und ich auch ganz oft gebremst worden bin. Und dann war bei mir so, okay, und ich habe ja ganz früh auch, also ich habe ja nie Print gearbeitet. Ich habe zwar für traditionelle Printmarken gearbeitet, habe aber immer nur digitale Produkte entwickelt. Und dann war es okay, das kann ja eigentlich jeder, das kann ich auch. Ich kann auch zu Hause meinen Laptop aufklappen und was Digitales machen, weil es kostet ja alles gar nicht so viel Geld. Und dann war der Wunsch schon früh da, ja, das für mich selbst zu tun. Aber ich habe lange gebraucht, da habe ich wirklich lange gebraucht, das zu entscheiden. Weil da war ich in dieser Blase, okay, ich habe gut Geld verdient, ich hatte genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, das erfüllt mich gar nicht. Gab es da, war das ein Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo dir das aufgefallen ist oder war das ein schleichender Prozess? Nee, das war kein schleichender Prozess, sondern es war wirklich ein Auf, also das hat sich so gesteigert, weil ich ja einmal schon mal etwas zusammen mit einem Arbeitgeber gegründet habe. Und das hat nicht so gut funktioniert und da war ich total, da war ich frustriert und da war ich enttäuscht und dann musste ich auch da weg, weil das halt, also ich habe das für mich selbst entschieden auch. Ich möchte da nicht mehr bleiben in der Firma, weil das einfach so eine fast schon traumatische Erfahrung war, dass meine Idee, die ich da quasi abgegeben habe, nicht in meinem Sinne geführt worden ist. Und dann wusste ich in dem Moment, wenn ich nochmal eine Idee habe, dann mache ich es selbst. Darfst du darüber reden, was das war? Ja, das war auch lustigerweise eine Community, das war eine Community für Tierfreunde. Okay. My Social Pet Work, das Facebook für Tiere. Ah, okay. Und das habt ihr dann wie gegründet? Also wenn du sagst, also ich habe noch nie gehört, dass jemand mit seinem Arbeitgeber gegründet hat, deswegen. Also mit einer Kollegin zusammen, wir hatten die Idee, wir saßen, wir waren wieder die Letzten im Job, wir saßen da irgendwie um 20 Uhr abends irgendwie noch in der Redaktion im Job und haben gedacht, okay, was könnte man denn machen, was könnte man denn eigenes machen? Und dann, glaube ich, gab es eine Pressemitteilung, dass, glaube ich, Burda, der Verlag, eine Community, ich glaube, ein Facebook für, oder, ich glaube, was war das denn? Ich glaube, irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Ich glaube, ich musste mal nachdenken, es war irgendwas mit, ich glaube, so ein digitales Kondolenzbuch oder so. Also vielleicht so, aber es ging schon auch so, dass sich Angehörige versammeln, also irgendwie so in die Richtung ging es. Und wir so, okay, was wäre denn eigentlich noch, also was könnte denn noch spannender sein? Welche Gruppe gibt es von Menschen irgendwie, die sich finden können zu einem Thema? Und lustigerweise hatten wir beide einen Hund. Und mein Hund war sogar mit dabei an diesem Tag im Büro. Und wir so, ach, ein super emotionales Thema sind natürlich Tiere und unsere Haustiere. Und dann ist daraus dann quasi die Idee, also da haben wir die Idee gesponnen, zum Beispiel Social Padwork. Und dann sind wir quasi zu unserem Arbeitgeber, zum Verlag, zum Verleger gegangen und haben gesagt, hey, wir haben ja eine mega coole und digitale Idee. Es könnte das next big thing sein. Und der hat es dann auch, der hat es sich sofort dafür begeistern lassen, weil er natürlich auch den Markt gesehen hat. Der hat auch gesehen, welche Emotionalität dahinter steckt und so. Und der hat es dann mit uns, also der hat es dann gegründet. Wir hatten kein finanzielles Invest irgendwie reingeben müssen. Wir waren dann quasi, also wir hatten so eine kleine Beteiligung auch und so. Aber letztendlich haben wir unsere komplette Idee, weil wir haben die Marke kreiert, wir hatten auch so das Design gemacht, alles haben wir abgegeben. Weil wir wollten nicht wirklich aussteigen, sondern wir waren in unseren alten Jobs dann und wir haben es dann abgegeben. Und dann ist es halt einfach nicht in unserem Sinne dann so, ja, geführt worden. Gibt es das heute noch? Das weiß ich gar nicht. Ich musste mich emotional davon lösen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das war wirklich, es war eine ganz schwierige Erfahrung. Also es ist wirklich so und es war ganz schwer für mich, weil ich habe da, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich bin da so tief reingegangen in dieses Thema. Aber ich wollte halt beides. Ich wollte meinen alten Job nicht aufgeben. Ich wollte mein, ich wollte das in meinem Job nebenbei machen. Und trotzdem habe ich so eine Power da reingegeben und es hat ja ein ganz anderes Team, hat letztendlich dieses Produkt gemacht und sich darum gekümmert. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass das, dass es irgendwie mein Baby ist, aber ich habe das irgendwie weggegeben. Hört sich wirklich schlimm an. Das hört sich wirklich schlimm an. Wirklich schlimm an, aber es war auch schlimm. Ich habe da ganz lange gebraucht, auch um das zu verarbeiten. Also meine Verarbeitung war, ich muss da weg. Also meine Verarbeitung war, ich habe mir proaktiv einen neuen Job gesucht und bin einfach total rausgegangen und habe mich, habe nichts mehr davon gehört. Ich habe das, ich weiß, deswegen weiß ich nicht mehr, ob es heute existiert. Ich musste mich davon trennen. Haderst du damit heute noch oder ist das jetzt abgeschlossen? Nee, das ist gut, weil es gibt ja echte Mamas. Okay. Also es ist total gut, aber das war natürlich eine starke emotionale Erfahrung. Und deswegen würde ich niemandem raten, wenn man so eine Idee hat, wo man so wirklich so eine Leidenschaft und so ein Gefühl auch für entwickelt, weil das war ja so ein starkes Thema für mich, würde ich sagen, okay, erstmal für sich selbst das, ja, selbst auszuprobieren. Das hast du dann gemacht. Ja. Und jetzt finde ich ja, also, sich selbstständig machen zu wollen, ist ja so das eine, das wollen ganz viele. Ja, irgendwann mache ich mich mal selbstständig. Ist tatsächlich zu machen, ist was ganz anderes. Was war ausschlaggebend dafür, dass du es dann tatsächlich gemacht hast? Also die Erfahrung mit MySocialPetwork auf jeden Fall. Also das war, ich saß halt, das war wieder genau das Gleiche. Ich saß wieder nur beim anderen Verlag auf meinem Stuhl, war die letzte im Büro und es kamen die ganze Zeit, kamen so Insights und Studien irgendwie, die ich gesehen habe. Ich war ja Digitalleitung und habe halt so gelesen, dass Mütter eine total aktive virale Zielgruppe sind, dass da total ein starker Markt ist. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt ein kein digitales Produkt, das eigentlich wirklich gut ist für diese Zielgruppe. Ich habe dann, und dann habe ich wieder diese Idee gehabt und, ja, da habe ich in dem Moment gedacht, ich bin doch jetzt nicht so blöd und gebe das wieder ab, sondern jetzt müssen wir es machen. Wie hast du es gemacht? Wie ging das dann? Ich bin absolut keine Solo-Gründerin, also ich brauche immer ein Team, Freundschaften, da auch schon wieder, dass es zusammenkommt. Ich habe, wir waren zu dritt, ich habe aus meinem Kollegenkreis einfach zwei Frauen gefunden, mit denen ich mich total gut verstanden habe, beruflich verstanden habe und die auch etwas gründen wollten. Wir waren wirklich auch in der gleichen Situation und dann haben wir das gewagt. Und das hat mich natürlich auch bestärkt, jemanden zu haben, der auch das Gleiche will. Das hat mir auch nochmal ein bisschen Mut gemacht. Ja, und wie kann ich mir das vorstellen? Wie sah das dann aus? Also habt ihr dann alle drei gekündigt auf einmal? Nee, das war genau das Gleiche eigentlich wie bei der ersten Idee. Wir haben, nur dass wir es selbst gemacht haben. Wir haben diese Marke kreiert, wir haben also alles total selbstständig. Wir haben uns den Namen, also wir hatten erstmal die Idee, okay, es muss was für die Zielgruppe Mütter sein. Auch da war es wieder so, dass wir selbst persönlich involviert waren, weil wir waren schon Mütter. Wir haben die Marke kreiert, wir haben bei MyFonts das Logo gestaltet. Wir haben uns den Namen echten Mamas ausgedacht, weil es musste was Umfassendes sein, wo sie mit sich die Nutzer identifizieren können. Und wir haben 60 Dollar WordPress-Theme gekauft und haben abends nach dem Job, nachdem wir die Kinder ins Bett gebracht haben, angefangen, echte Mamas aufzubauen. Und wir haben das zwei oder drei Monate nebenberuflich gemacht und haben halt wirklich so erstmal Proof of Concept, wir haben ein bisschen getestet. Und als wir gesehen haben, okay, wir schaffen das und wir, also mir war das schon klar, ehrlich gesagt. Also da war, es war mir schon relativ klar, dass das eine super gute Idee ist. Und meine beiden Mitgründerinnen haben noch so ein bisschen, schaffen wir es denn wirklich so groß zu werden? Ich sage, klar schaffen wir das. Und dann haben wir dann unsere Jobs gekündigt, nach zwei, drei Monaten. Okay. Ich meine, was habt ihr da konkret gemacht? Also habt ihr da Blogartikel geschrieben und habt abgewartet, wie die ankommen? Oder ich meine, es gab ja in dem Sinne kein Produkt, was ihr jetzt irgendwie verkauft habt, sondern es ist eine Community. Wie baut man eine Community? Also wie habt ihr diese Community aufgebaut? Ja, als erstes Brandbuilding. Wir haben einfach eine Marke geschaffen mit echten Mamas, die halt, also die wirklich stark ist, die umfassend ist, die, wo Leute identifizieren sich einfach sehr stark mit dieser Marke. Und dann sind wir erstmal, und das hört sich auch wieder erstmal so an, als ob das, das würde jeder digitalen Marketing-Experte sagen, wir sind dorthin gegangen, wo die Zielgruppe ist. Wir sind auf Social Media gegangen. Aber es wirklich hört sich total blöd an, aber … In welchem Jahr sind wir gerade? Ganz kurz? Drei Jahre ist das her. 2016 also. Drei Jahre ist das her. Und es war wirklich so, dass aber ganz viele traditionelle Elternmarken, also wir haben ja die Lücke erkannt. Es gibt, es gab dieses Segment, also Parenting, waren halt nicht auf Social Media. Es hört sich wirklich verrückt an. Oder haben halt da irgendwie Clickbaiting betrieben und haben halt nicht wirklich eine authentische Ansprache der Zielgruppe geschaffen. Und dann haben wir ja gedacht, okay, wenn ihr das nicht macht, dann macht es halt jemand anderes, dann machen wir es halt. Ich habe immer mit den Leuten interagiert. Wir haben immer jedem zurückgeschrieben. Ich weiß noch, dass ich nächtelang Nachrichten mit Nutzern geschrieben habe, beantwortet habe, einfach um die Zielgruppe besser zu verstehen. Und so ist das halt einfach total groß geworden. Woran gab es so eine … Woran habt ihr das festgemacht, dass das funktioniert? Also ich verstehe das, dass du dieses Gefühl hattest, ey, das ist eine gute Idee und der Markt und das Gefühl verstehe ich. Kann ich nachempfinden? Ja, anders mache ich es auch. Mega. So, wie, woran machst du fest, woran hast oder habt ihr festgemacht, das ist es jetzt. Jetzt können wir den Schritt gehen und all in gehen. Da hatten wir schon so ein paar Zahlen. Also wir wussten, okay, wir müssen größer sein als die bekannteste Marke im deutschsprachigen Raum. Das war damals Eltern. Wir wussten, okay, wir … oder ist Eltern, existiert seit 60 Jahren. Wir wussten, wenn wir es schaffen, größere Social-Media-Accounts zu haben als diese Marke und mehr Engagement, also wirklich mehr Interaktion mit Müttern zu kreieren als diese Marke, und das kann man ja durch Tools einfach analysieren, dann ist das unser Proof of Concept. Okay. Und wir hatten in unserem Nachrichten-Postfach bei Facebook die erste Werbeanfrage und das war auch eine große Brand und durch unseren Jobs hatten wir die Erfahrung, wie erstellt man ein Angebot, wie kann man auch professionell mit Kunden zusammenarbeiten und so haben wir uns eigentlich von Anfang an finanziert. Und wir waren ja auch von Anfang an profitabel. Dieses Produkt hat uns ja nichts gekostet. Wir werden ganz oft gefragt, oh Gott, wie viel Geld hat das gekostet und verbrennt ihr dort das Erbe eurer Großeltern oder so. Nee, es gibt kein Erbe. Das hat einfach nichts gekostet. Das war eure Zeit halt, ne? Das war unsere Zeit, genau. Unsere Zeit war unser Investment, aber das Nebenberufliche, dass diese paar Monate, die wir es gemacht haben, nebenberuflich betrieben haben, aber dann sind wir ausgestiegen. Und dann konnten wir uns auch, wir drei, gut, wir mussten natürlich auch unseren Lebensstandard ein bisschen zurückschrauben. Also ich meine, dann ist man halt dann Gründer und man musste auch alles selbst machen. Also ich hatte ja, also ich hatte jetzt irgendwie keine Sekretärin oder so in meinem alten Job, aber da wurde der Papierkorb, der unter meinem Schreibtisch stand, der wurde immer jeden Abend entleert, sowas. Oder mir hat jemand die IT eingerichtet oder irgendwie mich darum gekümmert, wenn Outlook gespinnt hat oder so. Das hatte ich dann auf einmal natürlich nicht mehr. Und das ist natürlich eine Umstellung gewesen. Und ihr wart alle Mütter zu dem Zeitpunkt schon? Ja. Das heißt, ich vermute mal, es gibt dann auch Partner. Ja. Wie sah denn in deinem Fall die Unterhaltung mit deinem Partner aus, als du festgestellt hast, das wird größer und ich kündige jetzt hier? Der kennt mich eigentlich, also der hat mich ja schon immer so kennengelernt, dass ich auch immer Ideen habe und dass ich immer auch auf digitalen Produkten rumdenke. Und für den war das gar nicht so, also es war keine Überraschung. Ich glaube, es gab so ein paar Momente, da hätte ich es lieber gesehen, dass ich wieder in meinen alten, dass ich nicht gegründet hätte. Dass ich vielleicht auch, also ich habe ja das auch ein bisschen dann auch für mich abgesteckt. Also ich bin drei Jahre in Elternzeit gegangen. Und in der Elternzeit, das ist ein absoluter Hack, kann man nämlich nebenberuflich gründen. Das ist, man kann nebenberuflich gründen und nebenberuflich arbeiten eigentlich. Man kann auch beim anderen Arbeitgeber arbeiten. Und ich habe in dieser Elternzeit gegründet. Das heißt, wenn meine Eltern, wenn alles schief gegangen wäre, hätte ich nach drei Jahren Anspruch gehabt auf meinen alten Job. Und für mich war es klar, dass ich nicht zurückkehre. Aber ich habe mir einfach, warum nicht? Ich war in Elternzeit. Und ich glaube, er hat ganz oft dann auch, glaube ich, lieber gehabt, dass ich wieder zurückgekehrt wäre in meinen alten Job. Warum? Wenn ich das fragen darf? Naja, weil halt auch Gründung ganz oft anstrengend ist. Also dieses, abgesehen jetzt von dem finanziellen Aspekt, der natürlich auch erheblich ist, weil man auf Geld verzichtet, auf jeden Fall an den ersten Monaten, halt auch dieser strukturierte Ablauf. Ich meine, ich sitze heute hier bei dir in Düsseldorf. Er muss sich darum kümmern, dass das bei uns zu Hause alles läuft und so. Und er macht das auch gerne, aber es ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden und mehr, es ist ein ganz anderes Leben, wenn einer selbstständig ist. Welchen Menschen würdest du denn davon abraten, sich selbstständig zu machen? Also ich finde es wichtig, zum einen eine Idee zu haben, die man irgendwie schon getestet hat, wo man weiß, okay, ist wirklich ein Markt dafür da? Das finde ich total wichtig. Also ich würde davon abraten, Menschen abraten, die halt nur träumen. Also wenn es halt wirklich so was ganz, aber halt auch nie was machen oder nie was ausprobieren, halt nicht diese wichtigen Fakten wirklich mal analysieren, ist das wirklich eine Geschäftsidee? Weil am Ende müssen wir ja alle unsere Miete zahlen und das finde ich total wichtig, dass man das so ein bisschen absteckt. Ich würde Menschen davon abraten, die zu sehr, ja, einfach träumen. Ich finde es total gut, wenn Leute träumen und ich bin ja auch, ne, also ganz oft war ich in Gesprächen früher, auch in meinem Job, da habe ich gesagt, ich habe die und die Vision. Und dann wurde mir immer gesagt, Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, Sarah. Und ich sage, ich habe doch die und die Vision. Ich mag das total gerne, aber es muss halt auch, irgendwann muss man ja auch davon leben können. Also so eine Aussage wie, jeder kann sich selbstständig machen. Das glaube ich nicht, nein. Okay. Das glaube ich nicht. Ihr habt es gemacht, ihr seid den Schritt gegangen und ihr scheint sehr erfolgreich dabei zu sein. Was denn, oder was ist der Grund, oder was sind die Gründe dafür, dass ihr erfolgreich seid? Wir machen es einfach total gerne. Also wir lieben wirklich diese Marke, wir stehen da total hinter und das meinte ich ja am Anfang, ich kann gar nicht erklären, was echte Mamas ist. Das ist für uns so viel mehr als nur ein, einfach, wir verkaufen da jetzt nicht irgendwelche Diätdrinks, um, also das ist, das ist nicht einfach irgendein Produkt, was wir nur herstellen, um Geld zu verdienen. Das ist toll, dass wir damit Geld verdienen, aber das ist unser, das ist Wahnsinn, was dahinter steckt. Ich finde das total faszinierend, dass du das irgendwie nicht, dass du das nicht so benennen kannst, weil es ein Gefühl ist. Ich glaube, weil es einfach so total schwer ist, zu benennen, weil es halt einfach wirklich ein Gefühl ist. Das ist so, ich weiß nicht, als ob ich, ja, das ist einfach ein Gefühl. Ich mache das einfach so gerne. Ich liebe das richtig. Ja, also das, ich meine, das ist das, was ich dir sofort, das lässt sich sofort spüren, ja. Nur ich stelle mir halt dann so aus, jetzt so aus Business-Sicht, stelle ich mir so vor, es gibt auch so viele Situationen, wo man sich irgendwie kurz pitchen muss. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie Investoren bei euch gibt oder auch selbst, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, du bist auf einer Konferenz. Beim Kunden stehen oder so. Beim Kunden, bei einer Konferenz und es gibt ja so viele Situationen, wo es Sinn macht, in einem Satz kurz mal auf den Punkt bringen, hör mal, was ist das da eigentlich? Das finde ich total faszinierend. Ja, aber dann würde ich sagen, okay, wir sind ein verlagsunabhängiges Medienunternehmen oder würde halt genau diese Sachen sagen, die da auch von mir erwartet werden. Aber hier bei dir, ich versuche dir näher zu bringen, wie viel da drin steckt. Aaron, du musst Kinder bekommen, du musst ein echter Papa werden. Das werde ich, keine Sorge. Echter Papa, es gibt ja von echter Papas zu echte Vorbehalte. Es gibt ja ganz häufig von, und das wirst du schon tausendmal gehört haben. Und ich bringe es jetzt auch, ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ich überhaupt drüber reden will, weil es ist mir fast schon zu langweilig. Aber gerade, weil du wahrscheinlich fast schon genervt davon sein wirst, spreche ich es an. Ihr seid mit Facebook in erster Linie sehr groß geworden, über diese Facebook-Gruppenstruktur, sehr lokal basiert. Und das war so euer Konzept, das einfach groß zu machen, die Marke. Aber Facebook ist doch tot, heißt es doch. Was entgegnest du? Die meisten Facebook-Seiten sind tot. Es ist immer noch das Netzwerk mit den höchsten Daily Active Users pro Tag. Ich sehe viel Potenzial in diesem Gruppensegment. Für uns ist es aber nicht so, dass wir uns von Anfang, also wir sind mit Facebook gewachsen, aber wir hatten auch, wir haben auch einen Instagram-Account. Also wir sind überall. Und für uns sind einfach nur Facebook-Gruppen ein Tool, wo sich gerade die Interaktionen einfach total gut abbilden lassen. Und so die DNA unserer Brand. Aber wir sind Multichannel, wir sind überall. Also wir machen auch einen Podcast. Gut, aber am Anfang war das doch erstmal auf Facebook. Nee, wir hatten unsere … Direkt alles? Alles. Also ja, der Podcast ist jetzt erst seit anderthalb Jahren oder so. Nee, wir haben von Anfang an auf jeden Fall die Facebook-Familie quasi, waren dort aktiv. Also auf Facebook, Instagram, Facebook-Gruppen. Das haben wir alles gemacht. Aber unsere Website war ja auch dann relativ schnell da und Newsletter und sowas. Ja. Aber das ist schon, also das hören wir natürlich schon immer wieder. Klar. Also macht es Sinn, sich noch auf Facebook zu konzentrieren? Weil unsere Facebook-Gruppenstruktur ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da jeden Tag total viel Arbeit mit haben. Überhaupt nicht. Das ist ja eher so ein Franchise-Modell, wo Leute uns einfach kein Geld für bezahlen und halt einfach so regionale Gruppen gründen, damit sie dort halt so Treffen stattfinden lassen können und sich regional austauschen können. Aber ja, für uns einfach auch wichtig, als Marke überall zu sein. Klar. Wenn du, also stell dir vor, eine Marke spricht dich an, kontaktiert dich und du könntest mit einer Marke deiner Wahl eine Kooperation bis an dein Lebensende schließen. Mhm. Welche Marke wäre das? Also wüsste ich jetzt, also müsste ich mir genauer überlegen, ehrlich gesagt. Macht Sinn bei so einer Lebensentscheidung. Macht mir wirklich jetzt so, ne? Das ist ja eine Lebensentscheidung hier bis an mein Lebensende. Also was auf jeden Fall für mich wichtig wäre, ist, dass es, also wir machen, also wenn das eine Kooperation ist für echte Mamas, muss die einen Mehrwert haben für unsere Community. Wie ist es für dich? Für dich persönlich? Für mich persönlich? Da muss die auch mehr, also es muss irgendwas sein, mit der ich mich total identifiziere, mit der, ähm, ich wüsste gar nicht, was könnte denn das denn sein? Wüsste ich gar nicht. Was wäre denn deine Marke? Auf so Rückfragen bin ich nicht eingestellt. Ja, siehst du, ist total schwer zu beantworten. Ja, deswegen stelle ich ja die Frage. Die guten Fragen sind manchmal schwierig zu beantworten. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch noch, habe ich mir meine Gedanken drüber gemacht, ähm, wir machen uns mal gemeinsam jetzt Gedanken drüber. Bis an deinem Lebensende. Bis an mein Lebensende. Also es gibt natürlich schon so gewisse Sachen. Aber du musst einen emotionalen Bezug, also, ne, das muss ja eine Marke sein, die du nicht einfach gerne nur benutzt, sondern die du richtig emotional mit dir dann auch verbindest. Du kannst ja nicht sagen, okay, ähm, ich stehe total hinter meinem iPhone oder so. Also was, was, oder, ne, was wäre das denn für eine Marke? Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt heute in, an diesem Tag diese Entscheidung treffen müsste, wüsste ich, für wen ich mich entscheide. Nein. Ja, weil, äh, es wäre ein Nike. Ja, weil du das Buch gelesen hast. Genau, wir haben, ne, im Vorgespräch, ich habe davon geschwärmt, wie großartig, äh, das Buch Shoe Dog ist vom Gründer von Nike, seine Autobiografie, eine absolute Leserempfehlung. Und, äh, also, und dieses, auch dieses gesamte, diese gesamte Gefühlsfeld, so ein bisschen wie bei euch, was die ja in Just Do It haben. Also, wenn, wenn du dieses Buch liest, wirst du, ja, dann kannst du das, dann ist das nicht mehr irgendwie ein cooler Spruch, ja, Just Do It, einfach mal machen, sondern du spürst, was dahinter steckt. Weil der, der Philip Knight, der das halt aufgebaut hat, hat halt genau so diese Firma aufgebaut. Und du kriegst ein Gefühl dafür, was dahinter steckt. Und das hat mich nochmal, also ich fand Nike schon immer gut, aber das hat mich, äh, vollkommen nochmal inspiriert, äh, und meine nächsten Schuhe, meine nächsten Sportschuhe, die ich verkaufen werde, werden definitiv Nike sein. Und wenn ich jetzt heute diese Entscheidung treffen müsste, fände ich es cool. Nike als Werbepartner ist auch eine gute Sache. Ja, aber, also, da würde ich, da bin ich zum Beispiel ein bisschen kritischer, glaube ich. Okay. Was wäre das Kritische? Naja, wo werden diese Schuhe produziert oder so. Also, ich würde sofort irgendwie über bestimmte Sachen nachdenken, wo ich, also, ich meine, das ist ja eine große Entscheidung, ne. Also, diese Frage, bis an dein Lebensende mit einer Marke zusammenzuarbeiten. Ähm, klar, es gibt viele Marken, die mich inspirieren oder die ich irgendwie, wo ich eine tolle Philosophie dahinter sehe, aber, ähm, ob dann, das ist wie mit den Vorbildern, ob dann am Ende alles passt, würde ich dann schon nochmal hinterfragen. Also, überleg dir das gut mit Nike. Ich finde das, ich finde das ganz spannend, dass du gerade dieses, dieses Kritische ansprichst, weil das war ein Punkt, den, den ich mir im Vorhinein überlegt hatte. Ich habe, äh, beim Durchscrollen eurer Webseite, äh, ihr habt, ihr habt ja eure Werbepartner. Ja, und ich habe irgendwie eine Anzeige gefunden mit, äh, also auch, ne, als Anzeige gekennzeichnet, schön nativ, schön nativ eingebaut natürlich, aber alles gut. Soll ja auch niemand stören. Globuli gegen Reizhusten. Ja. Und da habe ich mir die Frage gestellt, oh ja, also, äh, Stichwort kritisch sein. Kommiopathie. Da würde ich natürlich vollgas kritisch werden, nicht zuletzt durch das fantastische Video von Jan Böhmermann. Und, äh, wie, wie stellt ihr da diesen, diesen schmalen Grat aus, aus Geldverdienen und, hey, wir müssen hier authentisch sein und wir müssen komplett dahinter stehen, sicher? Äh, indem wir die Community fragen. Ach was? In dem Fall haben wir die Community gefragt, wir haben eine Umfrage gemacht, es haben sich Tausende von Müttern daran beteiligt, ich glaube, es waren sogar mehr als 4000, die schon mal ein Produkt dieser Firma gekauft haben und es als gut gefunden haben. Wir fragen die Community. Und wenn jetzt eine Person von euch drei Gründerinnen sagen würde, ey, hör mal, du kannst mich jagen mit Homöopathie, würdet ihr das dann immer noch machen? Wir würden die Community entscheiden lassen. Krass. Ja, und so, ehrlich gesagt, filtern suchen wir auch nach Partnern für unser Unternehmen. Wir haben ja zum Beispiel Anfang des Jahres, wir machen dann wirklich auch versuchen, so die Daten herauszulesen und, oder halt machen auch Umfragen. Und wir hatten eine sehr, sehr, sehr große Umfrage, es haben auch Tausende von Müttern, wo wir wirklich sagen, okay, das ist ja, du als, äh, äh, statt, äh, du hast auch gesagt, mit deinem wissenschaftlichen Background. Wir haben vorhin darüber gesprochen, welchen wissenschaftlichen Background du auch hast. Und also wir haben wirklich eine Abfrage gemacht und es haben, ich glaube, vier oder 5000 Frauen haben daran mit, also haben sich beteiligt und haben gesagt, dass, also 22 Prozent der, ich bin nicht so gut mit Zahlen, siehst du, aber es waren wirklich, ich glaube, es waren 22 Prozent der befragten Frauen, haben gesagt, dass ihre Kinder nicht impfen, beziehungsweise kritisch gegenüber Impfungen sind. Und eine andere sehr hohe Zahl, und sind wir schon wieder bei so einem schwierigen Thema, es war einfach eine andere sehr hohe Zahl, Gott, das ist so schwierig, aber es war wirklich eine hohe Zahl, die gesagt haben, sie kennen Kinder mit einem Impfschaden aus erster Hand, wo man gesagt hat, okay, ist statistisch gar nicht möglich. Und dann wussten wir, okay, ja, aber es war wirklich so, dass wir gesagt haben, wir müssen uns dem Thema annehmen. Also wir ziehen da was raus und wir wissen, okay, wir müssen uns diesem Thema annehmen, wir möchten was machen, wir möchten da mehr Aufklärung machen, wir möchten die Mütter da draußen informieren. Und wie du jetzt schon heraushörst, wir sind total pro Impfen. Und das war für uns dann nochmal, diese Daten waren für uns der Denkanstoß, eine Kampagne für Impfungen zu machen. Also ihr bezieht dann schon so Klarstellung? Total. Es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, hier, wir sind das neutrale Medienunternehmen, jeder, wie er möchte. Also wir, aber es entscheidet nicht einer, oder es entscheiden nicht die drei Gründer, sondern wir versuchen ja, das am besten, das Community-Wissen abzudecken. Ja, das finde ich spannend, dass ihr da so involvierend arbeitet. Ja, total. Es ist wirklich spannend, aber man bekommt ja auch so viel mit und man kann das halt, wir haben es ja, wir haben diese Interaktion, wir haben diesen Wissensstand und mit dem können wir halt einfach nicht nur unseren Content, aber mit diesem Wissensstand wählen wir auch Kooperationspartner aus. Und dann werden Kunden ausgewählt, in dem Fall bei der Homöopathie war das jetzt so, okay, da hat sich die Community für entschieden und dann war es so, aber es werden auch Kunden aussortiert. Ganz viele sogar, ehrlich gesagt. Wir verzichten da auch auf Geld. Also das ist sehr unkonventionell, finde ich, und ich finde, da könnten so viele Unternehmen von lernen, einfach mal mit ihren Kunden in einem viel engeren Austausch zu sein. Und ich habe ein Zitat von dir gelesen in irgendeinem anderen Interview, ich weiß nicht mehr, wo ich diese Sachen überall dann her habe. Aber du hast mal gesagt, mich inspirieren Menschen, die unkonventionelle Entscheidungen treffen. Also in einem Podcast, der von unkonventionellen Entscheidungen lebt, bist du natürlich herzlich willkommen damit. Was war denn eure unkonventionellste Business-Entscheidung? Ach, da muss ich auch wieder drüber nachdenken. Die unkonventionellen, also zum einen, ich glaube, unkonventionell war es, in dieses Segment zu gehen, dieses Parenting-Baby-Segment zu gehen. Das ist schon unkonventionell. Wir haben ja vorher erst mal alle drei, also meine beiden Mitgründerinnen und ich, wir haben alle für, zwar für die Frauen-Zielgruppe, aber jetzt nicht spezifisch gearbeitet, für einen spezifischen Bereich in dieser Zielgruppe. Und das war auf jeden Fall erst mal eine Entscheidung, die vielleicht ein bisschen speziell ist. Weil, also wir waren zwar alle Mütter, aber es gab vorher jetzt nicht irgendwie, genau, das war, glaube ich. Und ansonsten, ich glaube, unkonventionell auch, dass wir mit keinem Fremdinvestor zusammenarbeiten. Also für uns war es von Anfang an klar, wir sind ein eigenfinanziertes Unternehmen, wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Wir möchten uns auch nicht von anderen jetzt erst mal ins Unternehmen reinreden lassen. Das war uns auch total wichtig. Und da gab es schon früh irgendwie Anfragen. Also es gab, viele Leute haben uns gefragt, irgendwie können wir euch unterstützen, können wir mit euch zusammenarbeiten im Sinne von Beteiligungen. Und die haben wir alle abgelehnt. Und auch wirklich lukrative Angebote und auch tolle Angebote. Aber das wollten wir nicht. Weil? Wir es selbst machen wollten. Okay. Ja, das ist definitiv unkonventionell. Dieses echte Mamas. Ja. Und wir stellen ja fest, das ist irgendwie, da steckt eine ganz große Gefühlswelt dahinter. Mehr als eine Medienmarke. Genau. Eine echte Community. Gibt es auch unechte Mamas? Das werden wir auch ständig gefragt. Glaube ich. Also und vor allen Dingen natürlich von, also wir fragen uns natürlich viele Leute irgendwie, die keine Kinder haben. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, weil es ja vielleicht auch ein Klischee ist. Aber ich finde, es liegt einfach nah. Wirklich? Also ja klar. Also es gibt keine unechten Mamas und es gibt auch keine unechten Eltern. Es geht einfach wirklich darum, auszudrücken, dass man nicht perfekt sein muss. Und dass es diese Perfektion einfach nicht gibt. Wir sind alle echt und wir leben das echte Leben. Und du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen und darauf vertrauen. Und das Leben als Mutter sieht halt nicht so aus wie in einem Hochglanz-Magazin. Das ist das echte Leben. Lass uns über dieses echte Leben sprechen. Als Mutter, lass uns von echten Mamas zur echten Mama kommen. Stell dir vor, jetzt nach dem Interview, wir verabschieden uns. Du gehst deiner Wege hier in Düsseldorf und kommst irgendwie an der nächsten Hausecke ins Gespräch zufällig mit jemandem. Und ihr unterhaltet euch und du erzählst von heute Morgen, ja, das war stressig. Kann gut passieren, weil ich rede ja gerne mit Menschen. Genau, ne? Also das, genau, ist ein sehr realistisches Szenario. Und ihr würdet irgendwie ins Gespräch kommen und du würdest erzählen, sohn, ne, habt ihr? Ja. Und du würdest irgendwie davon erzählen, ja, heute Morgen war stressig und musste meinen Sohn da irgendwie noch in den Kindergarten. Oder derjenige würde sagen, naja, du hast einen Sohn, ja, nee, Kinder, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist total okay. Oder was, ja, ich finde es total okay. Ist das völlig neutral für dich? Also klar, also das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann halt nur sagen, dass es total toll ist und dass ich das, ich habe mir zum Beispiel auch immer eine Familie gewünscht, eine eigene Familie zu haben. Und für mich stand das schon immer fest, ich möchte mindestens ein Kind haben. Ich kann aber, ich bin total tolerant, ich kann das auch nachvollziehen, wenn Menschen sagen, sie möchten keine Kinder haben. Weil, was habe ich da, ich habe da nichts, kein Urteil drüber zu fällen. Aber ich kann einfach nur sagen, wenn derjenige mich dann fragen würde, ich glaube, ich würde nicht erst mal vor, eingenommen sagen, okay, du musst es aber machen, das ist wirklich. Aber wenn er mich fragen würde, wie ist das denn? Dann würde ich sagen, es ist mega anstrengend. Anstrengend, es bringt dich wirklich manchmal an den Rande des Wahnsinns, aber es ist einfach auch das schönste Gefühl der Welt. Also ich will jetzt ja nicht. Für mich, ich kann es einfach nur so sagen. Ich will alles andere als intolerant sein. Ich würde mich dann zumindest erkundigen, ich versuche dann immer herauszufinden, okay, warum, was ist da so der Grund, dass da so die Kinder-Aversion irgendwie überwiegt. Aber mit, in mir drin. Die sind total laut. Ich finde das schade. Kinder, die sind total laut, die fassen alles an, die mit den klebrigen Händen. Ich meine, früher, was ich für eine schöne Wohnung hatte oder was wir für eine schöne Wohnung hatten, das ist alles zerstört jetzt mit dem Vierjährigen. Also wirklich. Aber du spürst halt eine Liebe zu deinem Kind, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so schön. Und ich kann einfach nur sagen, wir haben das auch ganz oft bei echten Mamas, dass wir es natürlich besprechen. Ich meine, du hast den ganzen Tag manchmal Stress mit so einem Kind, aber wenn das Kind dann abends mit dir kuschelt und du siehst irgendwie und man ist sich so nah und man hat so diese, das ist wunderschön, das ist ganz toll. Also alles wieder vergessen, wirklich. Dann hat man das, dann guckt man in die Wohnung und denkt, ach wie schön, dass hier alles zerstört ist. Ich erzähle dir eine kurze Anekdote dazu, weil mich lässt das nicht so. Mich finde das total faszinierend, dass sich das so kalt lässt und natürlich akzeptiere ich das, wenn jemand keine Kinder haben will. Also mir am Ende des Tages ist völlig egal, was dann derjenige macht. Aber mich macht das in so einem Moment, vor allem manche Leute haben das ja so richtig fast schon aggressiv. So, Kinder finde ich ganz schlimm und mich berührt das. Ja? Ja genau, ich finde das schade, wenn ich sowas höre. Und ich muss immer an eine Situation denken. Als mein einer Großvater noch gelebt hat, der wurde recht alt, im 98. Lebensjahr ist er gestorben. Und er war, ein paar Jahre bevor er verstorben ist, war er an einem Weihnachten bei uns. Ich sage mal so, von einem seiner Kinder zum nächsten. Und in dem Jahr war er bei uns. Ich glaube, das war, weiß nicht, 2007 oder sowas. Und wir sind fünf Kinder, meine Eltern und dann halt mein Großvater. Und es war ein sehr kalter Winter. Und wir haben, da wo ich herkomme, in Altenkirchen gibt es so einen Teich. Und der war zugefroren und dann wird er auf Schlittschuh gefahren und Eishockey gespielt und so weiter und so fort. Und es war halt sehr kalt und wir haben spontan die Idee bekommen, wir lassen uns doch mal irgendwie zusammen alle Eishockey spielen. Und dann meine zwei älteren Brüder sind begnaderte Handwerker, haben dann schnell irgendwelche Schläger zusammengefummelt. Und dann sind wir da an den Teich und die ganze Familie, also wir fünf Kids und meine Eltern. Und wir haben da irgendwie alle so zusammen gespielt. Und mein Großvater mit seinen, ich weiß nicht, war da auch schon über 90, nicht. Aber er stand so am Rand und hat uns halt zugeguckt. Und ich dachte mir in dem Moment, also ich habe das ganz bewusst wahrgenommen, wie mein Großvater da steht, seinem Sohn, seiner Schwiegertochter dabei zuschaut, wie er mit fünf seiner Enkelkindern, zehn hat er in Summe. Und dann denke ich immer an die Leute, Kinder finde ich, ich will auf keinen Fall Kinder haben, finde ich ganz schlimm. Dann denke ich mir, was machst du eigentlich, wenn du 93 bist? Und das macht mich dann, deswegen berührt mich das. Ja, aber vielleicht auch, weil du aus so einer großen Familie kommst, weil ich zum Beispiel habe auch viele Freundschaften. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man im Alter irgendwie durch sein, dass Familie nicht unbedingt nur Kinder bedeuten muss, sondern halt auch irgendwie Freundschaften und was man sich so, dass es nicht unbedingt Familienmitglieder sein muss. Also, dass Familie einfach ein größerer Begriff ist dann. Vielleicht, weil du so viele, weil du ja viele, weil ihr wirklich zu fünft Kinder wart auch und weil du das so erlebt hast und dieses Bild hast. Ja, absolut, also natürlich, das hat mich total geprägt. Aber das ist, das ist so ein, kein einschneidendes Erlebnis gewesen, aber da wurde mir so bewusst, was das, was das ausmacht, Familie zu haben. Ja, und ich habe ja zum Beispiel keine Geschwister, also ich habe ja keine Geschwister und es gibt schon auch so, wenn ich darüber nachdenke, ich hätte mir halt immer einen Bruder oder eine Schwester halt gewünscht und deswegen halt auch der Wunsch nach, dass ich auch selbst ein Kind habe und eine Familie habe und also ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich kann das auch von meiner Seite so gut, total gut nachvollziehen, aber ich kann es auch verstehen, ja, hier bin ich doch, würde ich auch nachvollziehen mit Leuten, die keine Kinder haben wollen. Du hast eben… Es ist halt total schön, eine Familie zu haben, eine eigene Familie. Das kann auch ein größerer Begriff sein, ja. Ist natürlich auch totaler Stress, das ist auch klar und das ist vollkommen richtig. Aber darüber sprechen halt die wenigsten. Also ich glaube, echt, Mama ist ja auch so erfolgreich geworden, weil halt zum ersten Mal ausgesprochen worden ist, gerade für Mütter, dass halt nicht immer alles so rosarot ist. Und in deinem Leben wird es ja diese nicht-rosa-roten Momente geben mit einem Sohn. Wie findest du in all diesem Trubel dann Ruhe? Was ist so deine Rückzugstaktik? Also ich brauche auch wirklich ganz viel Ruhe. Das habe ich für mich auch irgendwie mal herausgefunden. Ich mag es halt einfach, mit vielen Leuten zu reden, aber auf der anderen Seite brauche ich auch ganz viel Ruhe. Und meine Taktik, meine Rückzug, einfach auf der Couch zu sitzen, zu lesen, ein Buch zu lesen, aber dann auch alleine. Ja. Und das kriegt ihr hin? Die Zeit nehme ich mir. Also das muss sein. Also das habe ich, das muss dann sein. Und dadurch, dass wir uns ja auch sehr viel teilen und wir haben ja so ein 50-50, also wir leben ja ein 50-50-Modell in unserer Familie. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Abend das Kind ins Bett bringen muss, können wir uns das auf jeden Fall so einrichten, dass jeder von uns, jetzt haben wir aber auch nur ein Kind, sich die Zeit für sich selbst nehmen kann und das machen wir auch. Was heißt das? 50-50-Modell? Mein Freund hat seine Arbeitszeit reduziert, als unser Sohn auf der Welt war, hat er seine Arbeitszeit reduziert und wir teilen uns halt alles zu 50-50, also abwechselnd. Und wir bringen das, also heute bringt mein Freund das Kind ins Bett, morgen würde ich das sein oder auch zur Kita bringen und wir sind halt beide im Alltag involviert. Bei uns gibt es halt nicht einen, der alles macht. Und genauso, also teilen wir uns den Job, wir teilen uns das Finanzielle alles 50-50, das ist uns einfach wichtig und dadurch können wir uns aber auch natürlich Zeiten für uns nehmen. Das klingt nach einer einfachen Lösung, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor. Schwierigste Lösung, das ist wirklich die schwierigste Lösung. Das klingt so, ja, wir teilen uns das alles 50-50, morgen ich, heute er. Was sind da so die größten Challenges im Alltag, im Elternalltag? Naja, also ich meine, wir haben die Challenge, dass ich selbstständig bin und dass mein Freund als Reisejournalist auch oft unterwegs ist. Also die Challenge ist, dass man natürlich irgendwie Wochen hat, so wie jetzt auch, wo irgendwie jemand unterwegs ist und da muss der Alltag, also die Organisation ist die Challenge. Immer im Gespräch zu bleiben und sich auch nicht wichtiger zu nehmen als den anderen. Also das ist ja immer total, also das würde fatal sein. Also wenn ich immer sagen würde, okay, mein Job ist aber wichtiger als deiner, das geht natürlich nicht. Aber diese Momente wird es doch geben, ne? Ja klar. Dass es irgendwie zwei kollidierende Termine gibt, beide sind wichtig. Ja, gibt's ja auch. Und dann? Da muss man sich einigen. Wird gelost. Ne, also muss man sich einfach einigen. Und das ist natürlich, das ist der Struggle an diesem Modell, dass man halt immer wieder sprechen muss und neu diskutieren und verhandeln muss. Und das ist auch echt, manchmal sind das große Streitereien, aber für uns einfach total, also es ist und bleibt unser Modell. Weil wir beide, also mein Freund und ich, und das spreche ich jetzt einfach mal für ihn mit, wir haben durch dieses Modell, haben wir es geschafft, beide noch Zeit für uns zu haben, für sich selbst zu haben. Und einfach, ja, alles, von allem etwas zu haben, genau. Auch vom Job, also ich hab jetzt nicht aufgehört zu arbeiten, mein Freund ist jetzt nicht nur auf der Arbeit, sondern verbringt auch Zeit mit der Familie. Also wir schaffen es durch dieses Modell, von allem etwas zu haben. Total anstrengend, aber es ist für uns das richtige Modell, ja. Und sowas wie eine Nanny oder so zu haben und dann weiterhin aber noch irgendwie voll zu arbeiten, jetzt aus seiner Sicht, oder war das keine Option? Oder warum habt ihr das, warum macht ihr das nicht? Ne, das machen wir ganz bewusst auch nicht. Also es ist einfach für uns die Entscheidung, dass wir sehr viel Familienzeit einfach haben möchten. Da haben sich die Prioritäten wirklich geändert, auch seit wir ein Kind haben, dass wir einfach sagen, okay, kein Geld der Welt kann das aufwiegen, kann unsere Zeit aufwiegen mit unserer Familie, die wir drei haben. Und das verbringen wir auch ganz bewusst dann auch immer miteinander. Okay. Ich hab auf eurer Webseite gelesen. Das müssen wir halt auch beide gerne machen, ne? Also das ist ja auch ein Modell, beide müssen dem total zustimmen. Ja, das steht außer Frage. Ja, aber das ist so, ne, das ist halt auch so, du kannst ja niemanden überreden. Klar. Zu sagen, okay, du musst jetzt, du musst auch jemanden finden, der genau diese gleiche Ansicht hat wie du. Mhm. Und das nicht nur vier Monate, sondern ist ja schon grundsätzliches Commitment. Ja, da hatte ich wirklich Glück, weil wir haben das nie richtig ausdiskutiert oder so, als wir uns kennenlernten. Sondern wir hatten, ich weiß auch nicht, wie haben wir uns … Ja, will man sowas auch ausdiskutieren? Ja, aber ich meine, es gibt viele Leute, die das auch, glaube ich, früh ansprechen, ne? Ich will Kinder. Ach so, ja, gut. Also, aber, ne, wie wollen wir, wenn wir Kinder hätten, wie würden wir das machen? Würdest du arbeiten gehen, würde ich zu Hause bleiben, so? Und wir haben das eigentlich nie besprochen. Mhm. Da hatte ich einfach, glaube ich, vielleicht war es auch ein bisschen naiv, aber ich hatte Glück. Ich habe jemanden gefunden, der genau das gleiche, die gleichen Prioritäten im Leben hat wie ich. Auf eurer Website habe ich was gefunden. Äh, wo habe ich es? Doch, genau hier. Da steht, wir lieben unsere Kleinen mehr als unser Leben, aber manchmal treiben sie uns auch in den Wahnsinn. Das ist das, worüber wir eben auch schon gesprochen haben, der totale Stress. Ja, im Zusammenbruch. Möchtest du einen dieser wahnsinnigen Momente aus deiner eigenen Erfahrung als Mutter mit uns teilen? Ja, also mein Sohn ist ja gerade vier und wir haben halt, also der hat jetzt auch so ein bisschen Medienkonsum, das kann man nicht verhindern, wirklich. Also die bekommen ja halt auch schon so Fernsehserien mit oder so. Und der macht halt regelmäßig, macht der irgendwie, also wir versuchen das natürlich irgendwie in einem Rahmen zu halten. Und der möchte Fernsehen gucken oder möchte irgendwie, will nicht ins Bett gehen, stresst rum abends, weil er einfach meint, es ist total okay, so lange aufzubleiben, wie er möchte und kommt aber morgens nicht aus dem Bett. Also, ja. Und dann bringen wir so einen Vierjährigen unter Kontrolle und erklär dem mal, nee, das ist aber total gut, dass du irgendwie früh ins Bett gehst. Wie viel macht ihr das? Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also wir sind natürlich, also wir versuchen schon, also konsequent zu sein, ne? Es gibt jetzt nicht irgendwie jeden Tag bei uns Fernsehen oder so. Aber halt dieses, erklär meinem Kind, dass es einfach nicht geht. Dass es nicht geht, bis zehn Uhr zu spielen. Das versteht er natürlich noch nicht. Und das ist eine Schreierei. Und da muss man halt einfach versuchen, ja immer ruhig zu bleiben. Und dann, also, da lernt man schon, wirklich einmal tief durchzuatmen. Gib, wenn du so, wenn du so einen Ratschlag weitergeben dürftest an junge Eltern oder an potenzielle Eltern, was würdest du, was ist so die eine Sache, die du den Menschen mit auf den Weg geben würdest? Also, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Das ist das Wichtigste beim Elternsein. Die sind, sich nicht immer wieder, also nicht dieses ich perfekt sein zu müssen. Also ich hatte ja auch dieses Ideal. Ich hatte, als ich noch kein Kind hatte, habe ich gedacht, okay, ich bekomme ein Kind. Wenn das so ist, dann bin ich total schnell wieder im Job. Drei Monate später fange ich schon wieder an zu arbeiten. Ich schaffe es sofort, irgendwie mein Gewicht zu reduzieren. Ich bin immer top gestylt, fahre total locker. Mein Kind lacht die ganze Zeit, schreit natürlich nie. Das war meine Vorstellung. Und das ist wirklich erst wenige Jahre her. Und ich habe auch gedacht, genau, diese Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, was reden die denn alle, habe ich gedacht. Das muss doch total leicht sein. Das konnte ich gar nicht verstehen. Ja, und dieses sich nicht, dass das alles so schwer ist. Und das ist einfach ganz oft, was man sieht, dass es einfach nicht echt ist. Und dass das einfach, dass keiner darüber redet, was morgen schon für ein Terror zu Hause war, bevor man in die Arbeit gefahren ist. Wie viele Nervenzusammenbrüche man als Eltern schon hatte. Das ist so, da redet ja keiner drüber, das sieht man nicht. Und deswegen erreicht sich nicht so sehr unter Druck zu setzen, weil alle gehen durch die gleiche Hölle, durch diese gleiche Elternhöhle. Ja, danke, danke dafür. Aber es ist das schönste Gefühl der Welt, ne? Also lass dich nicht davon abschrecken. Kommen wir zum Abschluss zu der ganz besonderen Rubrik in diesem Podcast, das sind die Halbsätze. Ich gebe dir einen Satz vor. Du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, das dir überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Ja, jetzt könnte ich, also es gibt zwei Sachen, also man muss spontan antworten. Ja, aber spontan ist mir in den Sinn gekommen, ich bin ganz in meinem Element, wenn ich bei echten Mamas arbeite. Aber es bekommt auch genauso den Sinn, wenn ich Zeit mit meinem Sohn und meinem Freund verbringe. Also wenn du bei echten Mamas arbeitest und echte Mama bist. Genau. Macht auch irgendwo. Beide Situationen. Also ich habe sofort an diese Situation im Büro gedacht, aber gleichzeitig habe ich daran gedacht, wir fahren ja immer mit der Familie nach Vöhr, wie schön ist es, wenn wir drei im Strandkorb sitzen und uns einen Blick aufs, ja, aufs Watt haben. Eine schöne Vorstellung, im Strandkorb sitzen. Ich bin eine Andersmacherin, weil? Ich mich getraut habe, aus einer, etwas ganz Neues zu machen und weil ich ganz oft anders denke. Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Besinne ich mich auf meine Fähigkeiten. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann? Würde ich nur noch Zeit mit meinem Freund und mit meinem Sohn verbringen. Was ich bis heute bereue, ist? Dass ich mich nicht schon früher selbstständig gemacht habe. Ich bin froh, dass du es gemacht hast. Sonst hätten wir nie die Gelegenheit bekommen, uns darüber zu unterhalten, wie das war und wie das ist mit den echten Mamas und der echten Mama. Bevor sich die Zuhörer überlegen können, mit wem und ob sie diese Folge teilen möchten, gibt es etwas, was du uns abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Und das vielleicht auch im Kontext von Andersmachen und meiner Mission, dass ich mit diesem Podcast Andersmacher normal machen möchte. Einmal wirklich in sich zu horchen, was man wirklich genau machen möchte, was man selbst, müssen wir jetzt aufhören zu reden? Es hat irgendwas gepiepst in deiner Wohnung. Aber die ist nicht so wichtig, die Kamera. Aber halt wirklich einmal in sich reinzuhören, was ist das, was ich schon immer machen wollte? Also was ist das? Und bei mir war das, ich wollte schon immer selbstständig sein. Ich wollte was Eigenes machen und ich möchte was Eigenes für mich selbst arbeiten und mit meiner Arbeit etwas gestalten. Und das einmal für sich selbst herauszufiltern. Und das würde ich jedem mit auf den Weg geben, das einmal zu tun. Wirklich sich sicher zu sein, dass das, was man macht, auch das ist, was man will. Liebe Sarah, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen Besuch. Und ich freue mich darüber, dass ich dieses Gefühl, von dem du gerade sprichst, habe, wenn ich solche Gespräche führe. Und danke für die Einblicke in dein Leben. Gerne. Hat total viel Spaß gemacht.